Hi Leute, willkommen zu einem Let's Play Clash Royale. Heute bin ich auf meinem Vierer Account. Und ja, heute ist ja Sonntag. Können wir noch ein paar Karten spenden und anfragen. Was fragen wir hier am besten an? Ich weiß nicht so recht. Wir fragen mal das Skelett-Armee an. Aber das Eigentliche hier ist die Magie-Toe hier. Ich habe hier ziemlich ne neue, ähm, Epic. Da kriegen die Epics nicht so viel. Ja, das ist blöd, das ist wie ein Blödsitz haben. Weil ich darf ja nicht viel Karten verbessern, weil es halt ein Level 4er Account ist. Ja, sowas ähnliches wie ein Level 1er Account. Aber das finde ich ein bisschen blöd, denn da kann ich keine Karten anfragen und spenden. Das finde ich echt blöd. Deshalb habe ich auch ein Level 4er Account gemacht. Haben wir auch erstmal Garth Level 4 genannt. Garth Level 1 genannt. Dann muss ich mich umbinden. Dann muss ich noch ein Level vorrutschen. Zwar Level 4. Und dann, ja, dann bleibt sie auch. So, und dann gehen wir mal kurz in meinen anderen Account rein. Bis das Video ja nicht zu kurz wird. Das muss sich auch lohnen. So, kurz Google Play Anmeldung. Gut. Als nächstes gehen wir in meinen eSports Account. Die Blitz war jetzt eigentlich in Ordnung. Wie lange lädt das bitte? So, jetzt, oder? lassen wir es jetzt beende ich diesen party auch mit und ja ich hoffe euch gefallen könnt gerne in den clan kommen jetzt hier oben wie er heißt für euch abschreiben wenn ihr reinkommen möchtet nur mal hier und einfach auf pause machen pause drücken und dann bis zum nächsten mal ciao